servus noch wieder hier zusammen mit kaiser franz und wir machen jetzt die events die szenarien eben gerade hatten wir schon mal aber so er verkackte aufnahme machen wir es noch mal so hier sind also die event schiffe schlachtschiff kreuzer und zerstörer jackal ego und blade feuerreichweite hier sieht man es ja elf kilometer sechs zwillingstürme 283 38 380 mm war schon richtig und höchst geschwindigkeit 23 knoten wir melden an ich bin bereit du bist auch bereit das ist super und deswegen zu krank aus ja wusste ich auch nicht ich hätte das ja schon vor ein paar tagen aufnehmen können ist mir aufgefallen aber ich wusste nicht dass die wo ich die schiffe ja ich habe gar nicht da geguckt hat ich dachte wir feierabend da ganz hinten da wo meine deutschen schiffe sind ich dachte hinter kommt nichts mehr und dann haben wir mal nieder geguckt da reißt einer echt auf gut sag ich mal nix zu alter sieht einfach zu geil aus hier oder diese schiffe jetzt hier meine feuchte schwarz aus vorne richtig schön so da vorne ist die transylvania da kann man jetzt gerade nicht so gut sehen doch jetzt so wie so eine gondoliere oder so steht auf der einen seite trick or treat glaube ich steht da ok wir müssen ja was gehen wird so jetzt können wir es ja mittlerweile schon ich überlege ob ich jetzt mit heil schießen soll ja ich glaube ich bleib ja ich sind ja auch keine zerstörer oder so sind ja alles glaube ich schlachtschiffe so also die transsilvania muss zu dem portal geleitet werden zwischendurch kommen gegner wellen und die katapulte muss zerstört werden dann kommt noch so eine art end boss schiff das ist wie ist er rasputin genau rasputin muss auch vernichtet werden und je mehr in dem kreis fahren desto schneller fährt das schiff wobei äh ach so der kreis bewegt sich ja auch mit ja aha jetzt bin ich schlau hm hm ok so jetzt kommen feindliche schiffe irgendwo ich bin nicht in feuerreich weiter leckt mich doch im arsch da fährt die igor da sieht aus da sind blitzel so richtig so das wird ja was wenn wir mit den blitz fahren wir sind ja auch so gut mit torpedos vor allen dingen komm versinke versinke heißt das dann doch ne versinken tue ich ja so versinke wir sind wieder so wie so ein raddampfer sind die gegner auch spielen nein weil dann könnten wenn geht ja nicht dann werden wir ja auch welche also dann würden wir auch mal auf der seite fahren tun wir ja nie hm so kann man kreis rein da das ist noch ein katapult oh hier ist noch wieder volles schiffswrack sieht doch geil aus ja irgendwo dahinter ist ein katapult auf der hinter ist er ich komme da nicht ran ja ich versuche hier in den kreis zu kommen du lapen klappt ja nicht doch wohl langsam doch jetzt könnte ich langsam reinkommen hier dieses eine olle katapult muss noch weg ja jetzt 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 guck mal exakt kein treffer das ist nicht viel lad doch nach jung okay ich hab's weg oh hier sind schon wieder schlachtschiffe jesus oh hit it das war nicht toll wie die torpedos da vorbeizuschnell die sind noch lehrte zeit die sind schlacht der ist jetzt aber dran die klauen mir alle kills bitte ich schluss nicht rein die sind noch nicht mehr die sind noch nicht mehr die schloss nerh Ah! Ist da Ist da Oh Transylvania Steht mir im Weg Hinter mir ist einer Torpedos direkt voraus Was? Torpedos voraus Torpedos auf Backboard Digga Scheiße Noch ein versenkt Oh das ist der nächste Warum schießen Leute immer auf die Transylvania? Ich verstehe das nicht Scheiße Das wird so nix Ich verbrenne Ich verstehe das Ich verstehe das Shit Ich verstehe das Sind doch alle weg jetzt oder? Oh mein Gott der Poli ist ja nur Ich verstehe das Oh man diese blöde Transylvania Ich verstehe das Nein Zu bremsen Zu bremsen aber die dreht ja in meine Richtung Alter wieso dreht die in meine Richtung Ich verstehe das 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 Alter was ist los mit dem Typen ey Einschlag bestätigt. Oh, was, 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 was? Achso. Alles Dinger. Alter. Alles gut. Wo war der? Im letzten Mal. Ich weiß nicht, der erschien einfach irgendwo zwischendurch so. Bitte mir, die machen mich jetzt weg. Ich sag, die sind so ziemlich überall jetzt. Oh, 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 oh. Weil direkt neben mir sind so viele, das ist nicht normal. auuuuutsch helps wie fache ich denn jetzt ach du Scheiße Wieso fahr ich nicht mehr? Wieso ist die Transylvanischen Dune? Ich bin wieder zum Stehen gekommen Oh ich hab schon kritischen Schaden hier Dings da ist in unserem Kreis Titten Mann fahr doch du Penner Zum erschlagen der Typ echt Alter knallt der rein der Penner Haut der mir in die Fresse Ich bin weg, Rasputin hat mich gekillt Ja man darf nicht zu nah an ihm kommen Das ist mir auch gelaufen Ja ich weiß beim letzten Mal hat er mich auch weg Jetzt schießt er auch auf mich Jetzt bin ich weg Juhuuu Scheiße Da kannst du aber laut sagen und tun Der eine steht hier einfach nur Sieht aber schon cool aus die Igor Wie sie schießt Die macht so komische Geräusche Rasputin ist weg Ok Naja sind ja noch drei Spieler Aber kein Schlachtschiff mehr da Die Transylvania schießt gar nicht ne? Ich glaube nicht Ich glaube nicht Aber wird beschossen Dieser scheiß England da Oh ne Davis kommt auch noch Ich frage mich gerade ob die Igor Torpedos hat Hatte ich gar nicht geguckt Ich weiß nicht Also es sieht so aus als hätten die Hätte die Igor keine Torpedos Drei Brennen hat er drauf Alter Schwede Naja Du bist auf der Freeway ja? Ja Jetzt ist nur noch die England da Dann ist sie auch weg Scheiße Ob das alles war? So eine fährt zurück Er hat auch gelöscht hier Ich meine es ist schon ein Hindernis Ne? Dieses scheiß Transylvania Wenn die einfach so blöd rumsteht da Ich bin mal gespannt wie es aussieht Das sieht ja cool aus wie die so absaufen noch so die Frax Ich bin mal gespannt wie das aussieht wenn wir da durchfahren Ich bin mal gespannt wie das aussieht wenn wir da durchfahren Ich habe übrigens eine Belohnung bekommen Ich habe hier Tarnbemalung bekommen Diese Halloween Tarnbemalung Ja Und 100 Einmal 30.000 und einmal noch 100.000 Kreditpunkte Cool Cool So ich schätze mal jetzt Ja begleiten sie die Transylvania Das wird dann gleich Finale sein hier Mhm Wieso wird der jetzt wieder lang gemacht? Wieso dreht der jetzt ab hier? Ja weiß ich auch nicht Oh man ey Das ist echt wie so ein Dungeon ey Ja ne Wie so Dungeon gemetzelt ey Okay nur dass da Man ja immer wieder beliebt wird ne Total erreicht Hauptaufgabe Hauptaufgabe abgeschlossen Juhu Lass knallen Achso ich dachte ich werde jetzt noch durch Fettig Ja mal gucken was es jetzt gibt Trick or Treats Geisterjäger persönlich gewinnen sie ein Gefecht Aha 96.000 irgendwas schaden Fünf versenkt Digga Guck mal ich bin schon wieder ganz unten Ja wieso eigentlich Weiß ich noch nicht Also nicht dass ich dir das nicht gönne Aber wieso bin ich zum Beispiel so weit unten wieder Hm War ich in der Runde nicht davor nicht auch auf zwei Mhm Und guck mal der Typ der noch am Leben war Ja Der ist ja ganz unten Jetzt frage ich mich Wieso bist du so weit oben Was machst du dass du so weit oben bist Ich hab einen zerstört Vier unter Katapulte unterdrückt Ich hab zwei unterdrückt Ich hab zwei unterdrückt 77 Treffer Das war's noch beim zocken und Mhm Ich weiß nicht was ich sagen wollte Bis dann dann Tschüss Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht